hallo und willkommen zurück zu einem neuen video clash of clans ja heute geht es eher um ein trauriges thema weil wir sehen können die cbl legende ist um und ja wir haben es leider nicht geschafft aufzusteigen was relativ ärgerlich ist wenn ihr seht wie knapp es auch war eigentlich unter den top vier der erste platz hat natürlich kein klein krieg verloren also da will ich auch nicht wirklich um den reißen brei rum reden die waren wirklich stärker als alle anderen und wir haben es auch fett aufs maul bekommen wie ihr sehen könnt aber das hier ist wirklich unnötig wir haben diesen klein hier der zweiter geworden ist besiegt im ersten krieg haben dann aber leider ihr sehen könnt im zweiten nachgelassen dann immer weniger sterne geholt und in den letzten drei kriegen haben wir quasi nur 40 sterne haben wir zusammengerechnet ich rechne mal kurz ich hoffe ich rechne mich nicht aber 74 sterne auf ich komme auf 74 oder 64 sterne das ist nichts das ist so gut wie gar nichts also ich habe auch noch mal durchgerechnet selbst wenn wir diesen krieg hier gewonnen hätten gegen den gegen diesen gegen den vierten platz wir werden trotzdem dritter geworden also ja ich ich gebe euch einfach mal ein paar einblicke ich habe auch ein bisschen durchgerechnet insgesamt hat hat haben wir als kleine legende wir haben circa 38 sterne liegen gelassen also im ersten in diesem krieg sieht man das ganz deutlich ich muss einfach nur draufklicken dann seht ihr einfach schon ja allein schon 6 1 sterne 6 1 sterne angriffe also natürlich dass ich sie an ratos 14 da will ich nicht sagen da kann es mal sein dass man das ratos nicht bekommt aber freunde dieser angriff hier zum beispiel war von mir ich hätte es fast ich wäre ich war auf dem weg zu den drei sternen habe ein bisschen gefällt aber wie gesagt es ist wirklich möglich beim ratos 14 wenn er gerust ist dann auf jeden fall drei sterne zu holen natürlich wenn man viele macht das ist schwierig aber ja ihr merkt schon zwei sterne ist schon so ein ziel das solltet ihr euch schon setzen also ein kleiner tipp an euch alle wenn ihr in der cwl seid oder noch drin seid geht mindestens immer auf zwei sterne aber ein stern das bringt eurem clan nichts ihr seht es hier dieser letzte krieg zeigt das ganz deutlich aber vor dem der krieg davor 18 sterne ich denke hier muss ich eigentlich nur auf mein team klicken und jetzt gehe ich mal ganz langsam hoch ja ich denke ihr seht schon es war gar nicht gut ja es wurden sogar ein paar angriffe nicht genutzt aber ja fairerweise kann ich eigentlich nur sagen scheiß drauf also ist natürlich ein bisschen ärgerlich vier leute haben gar nichts hier gemacht aber wer hat ein paar mehr sterne geholt also großen und ganzen ja das aber auch nicht viel geändert wir sind wir standen ja schon seit wir gegen dem seit wir im fünften krieg verloren haben stand es schon fest wir haben große probleme und freunde ich weiß zwar nicht wie es bei euch aussieht aber wenn ihr zum beispiel merkt nach fünf kriegen drei sieger zwei niederlagen dann müsst ihr euch uns zeug legen wenn auch eine möglichkeit ist den zweiten platz zu erreichen wir haben das nicht getan und das ist natürlich jetzt bitter aber wie gesagt nicht nicht eine kleine kriegs nach aber wie gesagt wir waren schon mal ein kristall das ist zwar schon eine ganze weile her wir waren das erste mal im dezember christ wir sind erst mal nur in der november saison 2020 kristall geworden dann wieder im januar und ich denke mal wir können es auf jeden fall dieses jahr noch einmal schaffen kristall zu erreichen vielleicht auch höher wer weiß also ich will ja nichts ausschließen aber wie gesagt ja das war es eigentlich dann auch schon mit dieser tellen legende die ging leider nach hinten los freunde aber wenn ihr noch kämpfe übrig habt geht mindestens auf zwei sterne ja was ich aber natürlich auch nicht vergessen will anzusprechen ist einfach ihr habt es schon gemerkt ich habe in einem video gesagt ja es kommen nur noch videos am wochenende das stimmt nicht das gab da es gab wirklich terminprobleme bei mir auch stress und auch manchmal auch so schaltereien im privaten also ja videos hochzuladen zu drehen zu schneiden das hat sehr viel zeit in anspruch genommen und da hatte ich erstmal kurze probleme das mit der zeit die ich hatte zu schaffen jetzt sieht das etwas besser aus und ja es werden jetzt es wird vermutlich jetzt nicht jeden tag ein video kommen aber mit jedem jedem jeder zweite tag zum beispiel morgen denke ich kommt noch ein video das hat aber dann andere gründe aber dann wie gesagt morgen kommt noch ein video und dann eben am sonntag also jeden zweiten tag könnt ihr mit einem video rechnen und ich hoffe einfach mal dass durch diese kleine ankündigung auch wieder ein paar von euch diese die videos häufiger schauen weil mir ist auch echt aufgefallen mein allerletztes video hat auch nur hat nur sieben aufrufe bekommen davor waren es immer mindestens zehn bis 15 und deswegen hoffe ich einfach mal dass ein paar von euch auch wieder bock haben meine videos zu schauen wenn sie wissen da kommt doch da kommt auch das ist auch ein algorithmus dahinter da kommt doch immer mal wieder was also da ist nicht so sechs tage pause dann nichts sondern maximal zwei tage pause und wenn eben zum beispiel am samstag ist da eine party bei mir kann ich sagen da habe ich sozusagen ein event eine party und wie gesagt deswegen kommt morgen ein video und dann eben am sonntag also ich sagen dann danke fürs ansehen und falls ihr vorschläge habt was ich vielleicht mal morgen im video machen kann ich bin offen für alles das heißt wenn jemand wenn einer von euch sagt ich soll einfach meine partie schach spielen ich soll meine runde btt battles spielen ich soll meine runde stiche raten ich soll eine runde doppelkopf zocken mit einem von euch oder mit echten leuten oder jemand von euch einfach mal in einem video mit dabei sein dann sagt dann schreibt es einfach in die kommentare also wenn ihr zb wenn ihr wollt dass ich ein game zocke schreibt einfach in die kommentare hashtag game und wenn ihr einfach mit mir mal eine runde irgendein game zocken wollt clash royal clash of clans risiko was weiß ich dann schreibt einfach hashtag ich will zocken in die kommentare und falls ihr einfach sagt ich habe falls ihr einfach nichts zu melden falls ihr einfach nichts anzumerken habt dann ja einfach keinen kommentar schreiben aber ich hoffe mal dass vielleicht ein ein paar von euch einen kommentar reinschreiben weil ich kann mir echt vorstellen dass ein paar von euch echt gut sind in clash of clans clash royal und so weiter und deswegen hoffe ich mal dass vielleicht mal morgen vielleicht im video einer von euch mit dabei ist dann würde ich sagen das war's dann auch und tschau mal